So, wir wollten uns an die Space Station setzen. Den Advanced Dingens von uns brauchen wir. Wir brauchen hier Silikon Redstone. So, das, wo haben wir das Silikon? Da. Ja, Silikon Redstone und jetzt brauchen wir noch so ein komisches Gerät. Sticks brauche ich auch noch. So, wir brauchen das da. Eins, zwei. Ernsthaft. Und Redstone. Läuft. Dann brauchen wir 32 Tin. Arminium. Das, das, das. Tin. Äh. Das stimmt jetzt von den anderen drüben. Ja, ja. Erze. Silber. Tin. Und ich gebe euch Stöckchen dafür. Äh. Wir machen das so. Hu hu hu. So, äh. Ich brauche Luft. So. Äh. Wo haben wir sie? Da. 32 Tin. Hier haben wir das Teil. Kommt dort hin. Ja. 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 Die Eimer können erst einmal weg. So, dann 16 Alu. Und 24 Eisen. Und die müssten wir sogar noch haben. Nein. Nein. Nicht ganz. 19, 20, 21, 23, 24. Und ein Stack. So. Dann. 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 machen wir nun mal die Ressourcen fertig. Dann. 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 jetzt. Den. Hier. Und zwar das CN. 16 Stück Hammer. Drei mal H. Und einmal C. Drei mal H. Und einmal C. Drei Mal otras Joan. 3 mal H und 1 mal C, 3 mal H, 1, 2, 3, das und das. Das muss ich da unten machen, shit, ich möchte uns beilen, in dem hier. Da, 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 da. Da, H, das ist alles voll. Habe ich doch gemacht, ah, jetzt. Ja, habe ich doch. Gib mir den noch. Oh. Hallo. Da ist er. So. Ah, Quest erledigt. So. Hier noch ein Basic. Boah, leck mich doch fett. So, Broken Spawner kommt hier rein. Yo, fertig. Ähm, Morb Power. Nein. Das hier, Heart of Dingens. Crushed Gold Dust. 2 dir. Und 2 davon. Hier lang. Sag mal. So. Äh, Gott macht er nicht. Das macht er komischerweise. Wieso? Wieso? Aber wieso? Haben wir nicht auch so einen Crusher? Nee. Ernsthaft? Nee. Nö. Haben wir nicht. Dann müssen wir zu den anderen rüber. Schau mal, da hat die Maschine schon aufgebaut. Nee. War klar. Da ist der Crusher. So, solange die Crushen, mal kurz auf das Handy gucken. Ähm, ja. So, und da sind sie fertig. Wokband. Schau mal hier. Das war so. Das so. Das so. Das so. Und das so. Sehr schön. Ja. Für was braucht man das noch? Oh Gott, leck mich doch fett, ey. So und was macht der jetzt? Create a Star wenn Icknin wird äh 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 Peter, gut. Ich habe alles verstanden, ne? Gravity Helm, den haben wir da, wir brauchen die Raids da und, oh, 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 ja genau, das ist gut, den hat man auch hier irgendwo, da, ha, was, remember you need to activate the power before using them bla bla bla, Chessplate, brauchen wir auch noch, noch einen toten Stern, den haben wir drüben, Palim, 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 da, da muss ich jetzt die ganze, oh, die ganze Rüstung machen, ja gut, dann machen wir das, so, ja, dann hier Star Harvester, der ist hier, dafür brauchen wir Saphire, und was ist, wenn ich, den hier einfach rausnehme, setze, das Ding rausnehme, und das mache, ne, der muss natürlich gecraftet sein, das war wieder arschklar, so, ja gut, dann müssen wir hier Sternchen tot machen, das heißt, da ein Run, da ein Run, da ein Run, das rein, das rein, und ich würde sagen, eins und zwei, wie viel hatte der, ach, hier haben wir die besseren drin, okay, und die zwei haben, die sind auch voll, okay, gut, dann müssen wir warten, bis die leer sind, und hier haben wir den Charger, das ist der da drüben, den können wir sogar herstellen, so, und so, ja gut, das war jetzt ein Fehler von meiner Seite, hä, 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 wo ist denn da sind die Zingelgern, äh, keine Ahnung, wo das sind, das ist mir auch Schnappe, So, ja. Basic. So, bin wir da. Ja. Sorry. Ich hab mir mal euren toten Stern geklaut. Toten Stern? Ja. Einen toten Stern? Ja. Du, ne Frage, was brauchen wir? Heart of Star, Star-Container oder ein Star-Harvestar? Was? Bei welchen, bei welcher Quest? Ähm, Heart of a Star. Warte, das ist Stars... Siehst du doch, dort ist was, ist ne Quest, ungecramt. Ähm, mach mal lieber Heart of a Star. Na, wir kriegen dort aber schon zwei und ich hab halt einen im Inventar, das heißt wir haben drei, das heißt dann hätten wir fünfe. Wobei, stimmt, da brauchen wir... Ne, wir brauchen ja auch keinen Harvester und keinen Container. Stimmt. Weil wir ja diesen Generator haben, der versucht uns ja maßenweise mit Strom. Jetzt fehlen uns nur zwei Stück, den Star-Harvester kann ich, aber ich muss die Sterne trotzdem tot machen, damit ich die, äh, Quest mit der Gravity-Rüstung machen kann. Ich hab gerade mal zwei Teile fertig, ich brauch noch Leggings und Schuhe, weil da gibt's wieder einen Stern, den wir für eine andere Quest brauchen. Okay. Und Star-Harvester-Craft, ne, war ich gerade dabei, da brauchst du aber Saphire. Die bekommst du von Venus, glaub ich. Ja, da will ich jetzt nie hinflattern. Da könnte ich hin hinflattern, also, weil's alles bereit steht. Oder ehrlich gesagt, wenn ich diesen Raum da fertig habe. Und das alles mit Strom. Ne, da kann man dann von miraus auch zusammen hinfliegen, wir bräuchten bloß ne Tier dreifällig craften. Oh scheiße. Stimmt der Fall ja was. Aber das dürfte kein Problem sein. Melvin muss her, ja. Melvin macht das gerne. Ja, dann seh mal zu, dass er hier aufschlägt. Ey, Merkfeld, komm her. Spät, Fortnite. Ja, immer noch. Ich vermisse ihn nur. Tyrox, nimm es nicht so tragisch. Apropos, ich wollte doch noch, ich habe doch der Cassie gesagt, wenn sie kommt, habe ich was für sie fertig. Ich baue ihr jetzt eine Tanzstange. Was? Ja, ich baue ihr jetzt eine Tanzstange hier draußen. Ja. Ja. Ich frage mich gerade ernsthaft, ob wir noch hier unten die ganzen Maschinen haben. Haben wir bestimmt noch. Na hier, wo wir eigentlich das Nasserportal bauen wollten. Also ob ich das alles zerstört habe. Äh. Da, wo Cassie ausgelaufen ist. Die ist ausgelaufen? Ja. Mensch, warum sagt mir davon was keiner? Wenn du das hier siehst, dann denkst du dir sowieso, what the fuck. Oldo, what is that denn? So? Ja, hier ist ein riesengroßer roter Fleck. Wo Cassie tanzen darf. Sauerstoffsammler und Sauerstoffkompassor. Ja gut, das ist okay. Ähm. Wie viel ist das mal runter? Muss nur um an den Chef Crafting Table zu kommen. Weil wir da oben keine haben. Äh, ja. Ich brauche Holz. Ach hier, ich hab mal bei euch geguckt. Ihr habt ja extremst viel Kohle. Ja. Aha. Warum kommst du nicht auf die Idee, diese Kohle draußen bei der Baumfarm reinzuschmeißen? Dann würde der kein Holz verfeuern, was wir brauchen. Aber es geht ja eigentlich darum, dass... Ne, wir brauchen ja das Holz für den äh, Generator unten. Oh mein Gott! TORIORIS! Herr Tyrox, wir brauchen auch das Holz für den Generator unten. Wenn jetzt, äh, in der Holzfarm keine Kohle drin ist, dann zieht er das Holz zum Verfeuern und zum Anheizen, dass die Bäume wachsen. Mhm. Ja, und das brauchen wir doch aber. Deswegen immer Kohle nachlegen. Verstehst du, was ich meine? Ja. Also nein. Ähm. Ich hab Angst, ich höre da Schritte. Der Loris ist da, ne? Wie ging nochmal der Zaun in der 1-2? Äh, in der 1-7? Pfff. Frag mich nicht. Obwohl, warte mal. Ich glaub, du brauchst 6 Sticks und das machst halt wie mit Cobblestone und... Ne? Ah, gut. Stimmt. Ach, das ist so lange her, dass ich die Version gespielt hab. Ach, Eik. Nicht nur du. Erst mal Cassie gehittet. Warum kommt die nicht in den Chat hier? Keine Ahnung. Rechte hat sie. Jaaa, mein Gott. Laufender Kessel. Moin. Hi. 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 Und... Find ich's gut? Oh mein Gott. Dein Mikro ist aber extremst kacke eingestellt. Ich hab's nur ein neues Mikro, deshalb wollte ich wissen, wie es ist. Also ist das scheiße? Also man hört... Du brauchst nen Filter, auf jeden Fall, weil man hört ein komplettes Rauschen. Oh, wow. Super. Hm. Fliege. Aber Tyrox, ich hab die Tanzstange fertig. Hab ich die Fliege bekommen? Nein, hast du nicht. Och, bitte sag mir, dass ich die bekommen habe. Nein, hast du nicht. Die hab ich nicht bekommen. Haha. Was für'n Arsch. Was für'n Arsch.